Du wolltest die Rindross einfach direkt hintereinander haben, ne? Ja genau, das erste macht Swipe beim zweiten Mal, beim zweiten Slam, du machst den dritten und den vierten. Das ist keine Linie, Leute. Zu blau. Drei, zwei, eins, go. Zwei, eins, go. Stumble leuchten. Zwei, eins, go. Letz den. Zog hinter mir. Lauft nicht zu weit vor, wir laufen in das Zentrum vom Slam jedes Mal. Ihr lauft immer wieder anders, ins Zentrum vom Slam. Ich kann es auch marken, wenn ihr wollt. Zu blau. Ich mag mal, ich mach mal marken. Zwei, eins, move. Zwei, eins, move. In, out, und move. Jetzt mal. Annihilation kommt. Wir müssen aber rechts, wir müssen noch rechts, wir sind noch weiter rechts. Das geht der CD, ich muss ein bisschen move'n. Ja, das war. Das sehen wir alle. Okay, direkt nach hinten. Alle anderen Dust in drei. Jetzt in blau. Zwei, eins, move. Auch was nicht da noch rein müssen. Einfach die Außen. Genau, guckt auf die Dings. Toppt euch. Tankline kommt. Toppt euch. Ey Mensch, ey Mensch. Guter Top. Sehr schön. Sammelt euch. Das ist der Roar gleich von Swipe. Guck, wo blau ist. Ich glänze gleich noch ein Orbex. Also ein Pillar extra, der stand draußen. Ja, das war. Ross. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. 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 Annihilation kommt, wir gehen ein bisschen weiter nach rechts noch, was bei X ist Feinexp. Dustin 3, 2, guck wo blau ist, 1, gut Job, sehr schön, zurückkommt. 2, 2, 1, Tranquility, aber noch mal, wo wir den Speed hierfür gleich nennen, ne? Oh, Windrush sehr gut, ok, guck wo blau ist, 3, 2, 1, go, 2, 1, go, blau in rot, 2, 1, awesome. 4, 3, 2, 1, go, blau in 8 Sekunden, let's go, sieht genug aus bis jetzt. Den Tank Slam, der gleich kommt mit Defensives. 5, 4, 3, 2, 1, go, blau, toppt euch. Swipe done, raw, kommst du ran? Raus. Guck, dass ihr getoppt seid, dafür. Raus, sehr gut. Komm, gleich drauf, kommt man ein bisschen raus aus dem Weg. Komm, die andere könnte wieder rechts rüber, kommst du im Gate. Habt ihr neues Gate? Ja, das ist ein 2, 2, 1, go, blau, 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 blau. So, Dust in 3, kommt, konzentriert euch. Verkackt nicht, ineinander, 3, 2, 1, upstecken, gucken auf den Boden, sehr schön. Soak kommt, bei blau, dahinter, eine Linie bilden. Ventrax, das ist ein Rally, gleich. Maruschke, jetzt haben wir den Debuff, AMC. AMC, bei uns blau, dann. Ich mach, ich mach. Dann du. Kommt zu blau, kommt zu blau, kommt zu blau, kommt zu blau. Seahawks Raw. 3, 2, 1, go. Und wieder zurück. 2, 1, upstecken. So, wir haben hier eine kleine Ritze hinter Rot, ihr seht das, ja, da kommt derjenige hin. Das ist der letzte Slam, ja, das müsst ihr einfach überleben gleich, den Slam einfach ne Personal dafür. Spiel das aber. Jetzt noch nix. Jetzt Immunitys und Defcities, genau. Alles ziehen, was ihr habt. Das müsst ihr überleben. Potten jetzt. So blau. Ähnel dann Windrush schon mal. Guck, wo blau ist. 3, 2, 1, rüber. Guck, wo Rot ist. 3, 2, 1, back. Überlebt das. Jetzt ist alles getoppt. Perfekt. Sidesap. Hm, ich lauf gleich. Alright, let's go. In the last second. Go, 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 go. Actually go, actually go, actually go, actually go, actually go. Okay, Annihilation, letzte Sekunde. Ihr braucht nur diesen einen Grenze, mehr nicht. 3, langsam. 2, 1, go. Und jetzt ballert. Defcities jetzt nochmal. Pumped, pumpt, pumpt. Darkness. Wir haben keine Darkness. Pumped. Pumped. Let's go. GG. GG. Oh, man. Zweiter. Tschüss. Tschüss. Okay, weiter geht's.